Da staunen die Fans nicht schlecht. Lockige Wallemäne, lässiger Leder-Look und tiefe Einblicke. Ja, bei diesem Aufzug-Selfie könnte man meinen, einen waschechten Rockstar zu sehen. Doch der deutsche Promi hinter der schwarzen Sonnenbrille ist eigentlich auf dem Tanzparkett zu Hause. Na, schon eine Ahnung, wer hier mit seiner Typveränderung überrascht? Raten Sie mit. Mit diesen drei heißen Tipps kommen Sie sicherlich auf die Lösung. Auch die Partnerin unseres gesuchten Promis im All-Black-Look ist deutschlandweit bekannt. Er bringt regelmäßig Promi-Damen zum Schwitzen. Lateinamerikanische Tänze gehören zu seiner Expertise. Und hier kommt die Auflösung. Hinter dem Selfie in Rockstar-Manier steckt Let's Dance-Star Massimo Sinato. Der 42-jährige Profi-Tänzer experimentiert gerne mit seinem Style herum. Häufig trägt er seine Mähne in einem strengen Dutt, seltener lässt er sie, wie auf dem aktuellen Schnappschuss, ungebändigt. In Kombination mit seinem rockigen Outfit wird der Mann von Moderatorin Rebecca Mier, 31, zu einem absoluten Hingucker. Die Community des dreifachen, Let's Dance-Siegers ist von dem Instagram-Posting völlig hin und weg. Rebecca hat richtig viel Glück, schwärmt eine Anhängerin. Dem schließen sich zahlreiche weitere Personen an und loben das Outfit des 42-Jährigen in den Himmel. Auch Schauspielerin Kathi Karrenbauer, 60, kann sich einen Kommentar nicht verkneifen. Herrlich! Vor allem, wenn ich mir Rebecca daneben vorstelle in lila Leggings. Mega! Bei so viel Zuspruch schlüpft Massimo zukünftig mit Sicherheit nochmal in seine Rocker-Kluft.